Was meldet sich denn hier keiner an? Warum meldet sich denn keiner an hier in dem Scheiß? Ich logg gleich um Junge. Naja, du kannst aber alleine healen, ne? Denken. Ich bin eben fix was fressen und danach können wir laufen. Alter, jetzt reicht's. Alter, jetzt reicht's. Was kann ich dafür mit ne Frau Essen machen? Ohne mir was zu sagen. Dann musst du gleich ne Ansage drücken. Was meinst du, was da gleich erstmal reingeflogen kommt Junge? Aus uns ob. Komm gar nicht, du Pisse alter. Sorry, sorry, bitte nicht schauen. Ich wusste nicht, dass wir Thomas... Dann können wir ja jetzt in der Elbe laufen oder was? Thomas hier mit drin haben Junge. Jetzt ist der Healer oder was? Die haben noch keinen Healer oder was? Der andere ist jetzt Essen. Welcher? Dein Kumpel. Verarschen? Seine Alter hat Essen gemacht, hat er gesagt. Ist das dein Ernst jetzt Alter? Ja, er hat gesagt nach Essen geht los. Ja, ist das ein Joke, ne? Wir haben nur noch ein Video. Richtig, der Thomas. Der soll mich jetzt verarschen oder was? Der hätte ja auch den Key reinschmeißen können, dann wären wir durchgelaufen. Ja, genau. Und jetzt nicht? Nein, glaub ich nicht. Das ist doch jetzt ein Joke, Alter. Alter, ich hab übel zu alt beim Rauchen. Ja. Falls ihr klappt war. Hätts Maffen 20 Sekunden schneller gemacht, dann hätte er noch einen Key, äh... Oder... Ich wär dann mittendrin AFK gegangen, wahrscheinlich. Den machen wir jetzt Atal, Mann. Was, Atal? Welchen Atal? Elber. Wat? Elber. Oder 12, ja. Elber, glaub ich. Alter, raus ist die Gruppe. Alter, was ist denn da typisch im Müll? Wir haben so eine Rotze gesehen, Alter. Alter, da... Was hat der Partner geschrieben, den ich noch eingeladen habe? Alter. User disconnected from your channel. Ich komm an, Herr Ter, ist passiert. Disconnected. Channel switched. Den lösche ich überall. Überall, wo man löschen kann, lösche ich, Alter. Die Bellen bin keert. Ja, fertig. Ey, geht es denn jetzt? Alter, ich spiele Kontakt mit der. Was du hast schon gesagt, wusste gar nicht, dass wir mit Thomas spielen. Alter, den hab ich gelöscht jetzt. Elber, Tal, Basti. Kann mich nachträglich noch blockieren irgendwo? Keine Ahnung. Alter, der hat doch total gelitten in seiner Fettbirne oder was? Ich hab noch nie so einen Idioten gesehen. Doch, Henning. Ne, also so idiotisch ist nicht mehr Henning, Alter. Doch, Henning ist auch so ein Idiot. Das stimmt. Der ist genauso. Doch, der holt auch alle zusammen und sagt, er muss jetzt doch essen. Oder Thomas, er selektiert da ganz filigran raus. Ja, ja. Astral, einmal. Ich weiß. Dreiviertelstunde gewartet. 40 Leute angemeldet. Und da sagt er, ah, ist mir jetzt doch zu spät. Deswegen sag ich, er ist Thomas. Alter, ich hab ihn. Findet der mich noch irgendwie? Ne, ne? Komm, glaub, ich denk, du besuchst ihn morgen. Eureihe, ne? Ja, ich hab ihn in die Fresse, hau ich ihm. Not, Alter. Nie so Müll gesehen. Er kann nicht vielleicht noch bei Juppo finden, aber sonst nicht mehr. Den anderen Boostmate hab ich noch dritter. Wenn er fragt, warum ich ihn gelöscht hab, alter, die Frage stellt sich ja wohl jetzt nicht, oder? Frag ihn dann. Hast den Spaß, vor allem so leise, ne? Ey, Jungs. Hä? Ey, Jungs. Hat der Typ total gelitten. Du musst essen. Hä? Kevin, du hast Lead, ne? Wir machen Gruppe auf und wollen starten. Wem schreibst du das? Er geht fressen, oder was? Wem schreibst du das? Instant gelöscht. Na, dem anderen Boostmate. Instant gelöscht. Er braucht mich nicht mehr adden. So. War das der Hexenmeister eigentlich gerade, oder? Ja. Okay. Weil er auch gesagt hat, er hat mit dem Twink noch einen Key. Da hat man so, alter... Ja, der hat... Das ist der Twink? Der hat 40 Charaktere auf 120. Ah, Alter. Alter. Und alle so Müll, oder? Und alle so Hellings. Was ist das jetzt, Ava? Ja. Ja. Ey, ich hab noch nie so Müll gesehen. Hahaha, man kennt ihn doch. Ja, jetzt nicht mehr, alter. Der hat nen warmen und sicheren Platz auf der Blockiertliste. Sympathisch. Wir können sie unterhalten. Was ist das für die Scheiß? Was ist das für die Scheiß? Und schon mal von vorne zu. Oh,